Hallo zusammen, guten Morgen, ne, schönen guten Abend. Ich habe heute das Glück, doch noch eine Runde Buschanka zu fahren. Der Papa von dem Mädchen, wo wir heute zu Gast waren, hat eine Buschanka und fährt nach Taxi. Er hat gerade gepumpt, dass hier genug Sprit oben ist mit dem Fuß. Und jetzt fahre ich eine Runde. Moment, ich muss wohl noch Auto schließen, gleich geht es los mit Buschanka. Ich filme kurz von außen. Dieses schöne grüne Ding wird jetzt eine Runde spazieren gefahren, aber Undra hat natürlich recht, ich sollte vielleicht unser Auto absperren, wenn wir gehen. Hinten sind zehn Sitze gegenüber voneinander. Vorne zwei, bloß viele Pferde. Viele PS. Rustikale Technik, ich liebe es. Oh, kommt noch jemand. Die Tür war nicht richtig zu. Viele Hebel hier, Geländeuntersetzung und Allrad, Schaltung. Da ist jetzt Arbeit. Ja, jetzt schaukeln wir eine Runde durch die Gegend dem Sonnenuntergang entgegen. Und ja, erstaunlich leise. Ich habe gedacht, hier drinnen Tröns und Schepperts. Aber man hört fast gar nichts. Ich würde mal sagen, in unserem Bongo, Schepperts fährt. Und fährt sehr weich, erstaunlicherweise. Ist recht komfortabel. Das ist sehr komfortabel. Das ist sehr komfortabel. Das ist sehr komfortabel. Das ist sehr komfortabel.